Hallo, hier sind Sie beim BFZ Perfektionstraining für Staplerfahrer und Logistik. Wir haben hier den Auftrag, in vier Wochen die Teilnehmer durch intensives Staplertraining für das Fahren fit zu machen. In diesem Lehrgang werden theoretische und praktische Inhalte vermittelt, wobei der Schwerpunkt im praktischen Bereich liegt. In den theoretischen Inhalten werden Ladungssicherungen und die Gefahrgutschulungen schwerpunktmäßig behandelt. Das Perfektionstraining für Staplerfahrer hat für Unternehmer, die diese Mitarbeiter einstellen, den Vorteil, dass diese Mitarbeiter bereits das Fahren vom Gabelstapler beherrschen und deshalb weniger Unfälle und weniger Schäden verursachen. Die Teilnehmer haben alle einen Staplerschein, der als Voraussetzung für diese Weiterbildung gilt. Wie man hier erkennen kann, ist es wahnsinnig wichtig, parallel zu arbeiten. Das bedeutet, sich untereinander abzusprechen. Durch die unterschiedlichen Gegebenheiten, sprich Gitterboxen, Paletten, Big Bags, die Gegebenheiten der Straße, sprich fester Untergrund, sind die Schwierigkeiten wie im Alltag nun mal vorhanden und das wird hier perfektioniert, damit Sie eben auf dem normalen Arbeitsmarkt Chancen haben. Da die Teilnehmer bisher keine Praxis in dem Bereich sammeln konnten, soll durch diesen Kurs erreicht werden, dass die Teilnehmer die Praxis für das Berufsleben erreichen. Was wir immer wieder feststellen bei diesen Kursen ist, dass die Teilnehmer ein gesteigertes Selbstwertgefühl erhalten. Je länger die Teilnehmer mit dem Flurförderzeugen Gabelstappen unterwegs sind, umso sicherer werden sie. Gerade durch diese gefahrenen Übungen und Aufgaben, die bei uns in dieser Praxis gestellt werden, entsprechen sie den Anforderungen für den normalen Arbeitsmarkt zu 100 Prozent. Perfekt ausgebildete Staplerfahrer beim BRZ Markt Redwitz schaffen den Unternehmer Sicherheit beim Unterschreiben der VR-Ambuds.